Heyo Leute, Sein ist wieder am Start und heute spielen wir mal Nidhogg mit dem lieben T-Man. Hallo. Und heute gibt es ein Best-of-3 und derjenige, der zuerst zwei Runden gewinnt, der gewinnt. Ah scheiße, direkt ein Messer abbekommen. Was war ich noch beim Sumo-Spiel? Ja. Hab ich ja gesagt, ich bin das Blatt, Digga. Heute bin ich der Fatum-Stopp. Oh. Heyo, 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 heyo. Ey, das ist unfair, zurück. Oh shit, oh shit, nein, oh, Digga, pass, ist noch der Fall. Ah, was? Nein, what the fuck? Ah, nice. Ah, oh Gott. Lass mich die Ruhe, bitte geh. Bitte geh weg. Oh, let's go. Ah, hier, wir gehen. Der Baby war bei mir, Digga, hab mir geholfen. Oh, ich konnte dich nicht schlagen, was war? Hallo, hey, what the fuck? Ja, Digga, was soll ich sagen? Als ob jetzt schon der feinde Screen ist. Ja, so, jetzt ist, äh... Ey, hallo. Wie ist das, wo ich bin? Okay, okay, okay. Ja, okay, ey, auch ein Mut machen, Digga. Digga, also blocken ist bei mir, das ist schon... Das ist, wie hilft mir mit den Heiligen Schwerten. Was ist das denn, Digga? Oh shit. Nein. Nein. Digga, ey, nur hoch. Ja. Let's go. Du hast halt unterschätzt, dass ich heute die Kraft von der Baby mit mir überhaupt habe. Keine Schwäche zeigen. Der Kohl, der Baby... Ey, okay, Junge. Keine Schwäche zeigen. Ich muss mich gleich steigern. Hey. Ich bin eine Robbe schon. Ah, als ob du so lange rollen kannst. Ich bin eine Robbe, ich bin eine Robbe hier. Ich habe Stress. Ich habe den Low-Ground. Oh shit. Oh, Digga. Nein. Du kleiner Hund. Oh, wieso... Äh, was? Shit, okay. Du hast mich in die Luft. Aber ich will nicht. Wieso ist deine Tür? Du kannst hier drin nicht werfen, Joe. Ciao, was ich in die Luft. Ich zeige mir, ich habe dir dein Schwert weggebrochen. Hallo. Ja. Jippie. Äh, okay. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, Digga. Oh, ich glaube, ich werde versuchen. Ah, ich glaube, erlaufen, oder? Ciao. Ah, Digga. Was soll das? Das... Junge, weil ich springe einfach anstatt zu schlagen. Oh shit, ah, Digga. Oh, Juge, ich habe dich entwaffnet, Digga. Das ist schwierig, gegen Moops zu spielen, weil... Man wird ja nicht richtig rausgekommen, oder? Digga, what the fuck. Ich brauche keinen Wunder, dass keiner mit mir das Spiel springen setzt. Hallo, okay. Digga. Ich nehme nicht mal mein Schwert weg, Digga. Ich nehme nicht mal mein Schwert weg. Oh, Mensch. Ich brauche kein Schwert. Ich bin ein Robbe, ich bin ein Robbe, Digga. Oh shit. Ja, wahrscheinlich, Digga. Das ist so ein Bullshit. Ja, okay, dann... Best of 5, würde ich sagen, oder? Ja, wirklich. Im Gegenteil, gar nichts, habe ich so das Gefühl. Ich will halt mich auch und an. So unten, Digga. Äh, du gehst einfach... Ey, was soll das? Lass mich. Jungs, jetzt ist alles orange, der ganze Boden hier. Ja, ich will ein bisschen neu streichen hier, deswegen... Da. Ja. Ja. Okay. Ja, ja. Ich dachte nicht, dass es so easy geht. NIE Spottet Track Ja, Jungen ist jetzt safe Team Rocket, wir sind schneller als das Licht oder Ausland sieht. Ja, okay, tschau, Digger. Ja, Mann, das Ding nicht ist der Moment, man ist deinstalliert. Digger, ey, dieses Spiel wird einfach direkt deinstalliert, Alter, so ein Schmutz-Game, Alter, nie wieder. Ja, schaut auf jeden Fall nicht bei Tarek rein, ist definitiv nicht verlinkt. Digger.